Meine schlimmste Trainingsübung, da fallen mir gleich mehrere ein. Hallo, ich bin Merit, bin 22 Jahre alt und spiele auf Rechtsaußen. Auf einer einsamen Insel würde ich folgende drei Dinge mitnehmen. Mein Buch, Schokolade und den Handball. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Igel, denn ich ziehe mich auch ganz gerne mal zurück. Als Kind wollte ich schon immer Handballerin werden. Ich habe mich schon in der Grundschule auf dem Poster gemalt, als wir unseren Berufswunsch aufmalen sollten. Meine größte Schwäche ist, würde ich sagen, dass ich sehr perfektionistisch bin und alles immer sehr gut machen möchte. Meine schlimmste Trainingsübung, da fallen mir gleich mehrere ein, aber ich würde sagen, dass da auf jeden Fall Banddrücken zugehört. Mein Ritual vor dem Spiel, also eigentlich habe ich kein bestimmtes Ritual. Ich bin Fan von meinem Bruder Lukas, der auch in Hamburg Handball spielt. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir Frieden und Gesundheit für die ganze Welt wünschen. Soweit zu mir. Ich freue mich schon, euch bald wieder an der Halle Nord begrüßen zu dürfen. Ich freue mich schon. Ich freue mich, ich höre euch.